Aktuell wird in Berlin das Wahlrecht diskutiert. Warum sollte dich das interessieren? Mit deiner Erststimme entscheidest du darüber, wer dich, wer deine Region, deine Stadt in Berlin im Bundestag vertritt. Wer bei dir die meisten Stimmen erhält, erhält den Platz im Parlament. SPD, Grüne und FDP wollen das aber ändern und das halten wir für falsch. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Ja, der Bundestag muss deutlich kleiner werden. Und ja, unser Wahlrecht muss reformiert werden. Wer aber deinen Wahlkreis gewonnen hat, der gehört auch in den Bundestag. Ganz einfach. Wir sind bereit, mit allen demokratischen Parteien zu sprechen. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch.